Der TaiwanCast. Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch. Hallo und herzlich willkommen beim TaiwanCast. Ich bin der Mariano und auf der anderen Seite ist der? Hier ist Klaus Badenhagen in Taipei und der Mariano sitzt in Berlin, richtig? Genau, aus Berlin. Jetzt erstmal zum Namen. Wir haben einen neuen Namen, den TaiwanCast. Wir konnten uns endlich einigen. Es ist ja im Prinzip alles neu. Das ist jetzt unsere erste reguläre Podcast-Folge. Wir haben dem Baby einen Namen gegeben. Es ist der TaiwanCast. Wir hoffen auch, dass das diesmal technisch alles noch besser hörbar abläuft und dass wir uns vielleicht auch zeitlich ein bisschen am Rahmen reißen werden. Aber jetzt wird es jedenfalls ernst. Jetzt sind wir in der Podcast-Welt offiziell angekommen. Auf jeden Fall müssen wir uns vorher bedanken. Die ganzen Kommentare, die wir gesehen haben auf allen möglichen Medien, vor allem in der Facebook-Gruppe, in der Taiwan-Facebook-Gruppe. Auch für die Vorschläge wollen wir uns bedanken, die wir für den Namen hatten. Es ist dann bei TaiwanCast geblieben. Aber wir sind heute nicht allein. Wir haben in der ersten regulären Folge gleich einen Gast. Und zwar ist das der Sascha Pallenberg. Sascha, ich hoffe, du hörst uns. Wenn ja, dann sag doch mal kurz Hallo und stell dich vor. Ich höre euch klar und deutlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Nein, Mahlzeit ist es ja hier. Ich sitze ja genauso wie du auch in Taipei. Das heißt, wir sind in der gleichen Zeitzone. Mariano hatte das Pech, einfach heute Morgen dann sehr, sehr früh aufzustehen, damit wir das hier einigermaßen zusammen hinbekommen. Ja, mein Name ist Sascha Pallenberg. Klaus und Mariano, wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Den Klaus kenne ich jetzt eigentlich, seitdem ich nach Taiwan gekommen bin. Und das sind jetzt im Februar zwölf Jahre. Meine Güte. Das muss so 2010 gewesen sein. Da haben wir uns, glaube ich, bei so einem Abendessen erst mal getroffen. Und da haben wir gemerkt, dass wir beide irgendwie was mit Medien machen. Und dann hat sich so das eine oder andere ergeben. Da reden wir dann nachher nochmal ausführlicher drüber. Und Mariano und Sascha, wie kennt ihr euch und woher? Wir haben uns zum ersten Mal, also ich kannte Sascha schon, ich kannte Sascha im Prinzip virtuell schon eine ganze Weile. Und wir haben uns zum ersten Mal in Berlin, oh, das muss 2015 gewesen sein. Dann hast du gesagt, also jeder, der nach Taiwan vorbeikommt, der kriegt ein Bier von mir. Und wenn man mir sagt, du kriegst ein Bier, dann fliege ich um die halbe Welt. Mariano, warum haben wir uns denn gerade den Sascha ausgesucht? Was kann der uns über Taiwan speziell erzählen? Ich glaube, der Sascha kann gerade, er lebt halt wie du schon über zehn Jahre dort. Er kann uns eine Menge in Taiwan erzählen. Vor allem, weil er gerade das Thema groß hochkocht, Digitalisierung. Und ich glaube, da ist Taiwan uns in Deutschland um Meilen voraus. Und Sascha ist jemand, der beschäftigt sich ja schon seit 20 Jahren mit dem Thema Digitalisierung. Genau das macht er jetzt halt. Ja, Sascha, du warst ja damals quasi das Paradebeispiel für einen Tech-Blogger. Siehst du dich noch immer so? Oder wie hast du dich in dieser Zeit verändert? Wie hat sich das verändert, was du tust? Das ist immer so generell die Frage. Und ich glaube, man muss auch Definitionen und Schubladen immer wieder in Frage stellen und ein wenig selbstreflektierend draufschauen. Ja, natürlich habe ich fast 20 Jahre lang über Tech geschrieben, beziehungsweise das ist ja auch der Background, warum ich zum allerersten Mal nach Taiwan gekommen bin. 2002 habe ich hier auf einer Entwicklerkonferenz gesprochen und habe damals auch Systemarchitektur gemacht, viel mit der taiwanischen Industrie zu tun gehabt, viel Consulting hier in dem Bereich gemacht, bevor ich dann angefangen habe, drüber zu schreiben. Sehe ich mich heute noch als Tech-Blogger? Nein, ich glaube nicht mehr so direkt. Zum einen ist dadurch, dass ich die Seiten gewechselt habe in die Corporate-Welt, natürlich mein Output in Bezug auf technologischen Content oder Inhalte stark zusammengeschrumpft. Vielleicht ist es noch ein bisschen anders auf den sozialen Medien, wo ich nach wie vor dieses Thema entsprechend beackere. Aber ich sehe mich, ich weiß gar nicht, wie man es so genau definieren darf. Mein Titel nennt sich Head of Digital Transformation. Ob das nicht irgendwie nur ein Buzzword ist oder irgendein Bullshit-Bingo, der von irgendeiner Agentur sich ausgedacht wurde, das steht auf einem anderen Blatt. Aber letztendlich ist es so, dass ich vielleicht es am besten beschreiben kann, dass ich ein Lobbyist für die Zukunft bin. Oh, das ist aber ein schöner Titel. Wollen wir ganz kurz sagen, bei wem und für wen du jetzt arbeitest, bevor wir dann wieder zurückspringen und über Taiwan reden? Ja, ja, ich arbeite für den Daimler in der Unternehmenskommunikation seit Februar 2017. Und wie gesagt, bin der Leiter für die digitale Transformation da. Kann man sich vorstellen, wie eine Art von Freidrehen im Radikal innerhalb dieser Firma und innerhalb dieser diversen Marken, also so eine Art von Inhouse-Consultant. Aber als wir uns 2010 hier in Teil P getroffen haben, da warst du halt freiberuflicher, ganz selbstständiger Tech-Blogger. Und so habe ich dann auch im Jahr 2011 einen Fernsehbericht über dich und deine Arbeit hier gedreht. Und was überhaupt so ein Tech-Blogger ist und macht und was es mit YouTube auf sich hat. Und der lief bei Dreisat, bei Neues. Da waren wir auf der Computex. Wollen wir da einfach mal reinhören, wie dieser Bericht damals 2011 losging? Sehr gerne. Taiwan ist die Schmiede der IT-Welt. Wer als erster sehen will, was bald auf den Markt kommt, für den ist die Computex ein Pflichttermin. Es ist die wichtigste Messe für Asien. Und ich glaube generell von den Impulsen, die hier in die ganze Welt geschickt werden, eine der wichtigsten weltweit. Also wir müssen wirklich hier vor Ort sein von morgens bis abends. Ja Sascha, so war das damals auf der Computex. Ist das denn alles noch immer so? Ist Taiwan noch immer der Nabel der IT-Welt? Also wenn es rund um die sogenannte Consumer Electronics geht, also das, was wir eigentlich tagtäglich im Alltag nutzen, dann ist das nach wie vor so. Wir haben hier die Marktführer in diesem Bereich. Ob es darum geht, wer ist der größte Auftragsfertiger, das ist Foxconn beziehungsweise die Honhai-Gruppe, die auch die iPhones und iPads baut. Der zweite, der danach kommt, das ist Pegatron, gehörte ehemals zu Asus. Die sind ja noch als wahrscheinlich für viele Leute da draußen über ihre Laptops etc. bekannt. Die bauen auch unter anderem das iPad. TSMC ist einer der größten Chip-Hersteller, die unter anderem für NVIDIA, für Qualcomm und auch wiederum für das iPhone den Apple SoC herstellen. Und das geht so weiter. Quanta, größter Laptop-Hersteller. Also in der Hinsicht ist der Beitrag nicht schlecht gealtert, würdest du sagen? Nein, überhaupt nicht. Die Industrie hat sich hier stark weiterentwickelt. Sie hat sich noch stärker globalisiert. Also es findet nicht mehr alles hier auf dieser kleinen Insel statt. Und die Brands sind einfach größer geworden im Vergleich zu dem, was wir zuvor hatten. Das ist insbesondere natürlich auch dem geschuldet, dass auch diverse Märkte sich völlig anders entwickelt haben. Beispielsweise, wenn es um Gaming geht. Also wenn man sich anschaut, wie sich da MSI, Gigabyte, Asus, Acer, Corsair entwickelt haben. Ja, dass die Gamer-Szene zumindest vor Covid Stadien gefüllt hat mit 60.000, 70.000 Menschen. Du meinst, das waren alles Sachen, die wir damals 2011 noch nicht absehen konnten. Da hat sich also mal fleißig weiter gedreht alles. Wer hätte denn damals gedacht, dass es einen Gaming-Laptop gibt? Du, ich glaube sogar doch, 2011 oder 2010 gab es schon Gaming-Laptops. Also das heißt, zwar für Mobile ausgelegte, aber nochmal spezielle Grafikkarten, die eingebaut sind. Das Problem war einfach, das waren Zeiten gewesen, da wogen die Dinger halt noch 10 Kilo oder so, gefühlt zumindest. Und hatten eine Akkulaufzeit über den Daumen gepalzt zwischen 5 und 15 Minuten. Also lasst uns dran denken, dass wir hier einen Taiwan-Podcast machen und keinen Hardware-Podcast. So gerne ich euch auch noch länger und ausführlicher zuhören würde. Das hat sich auch übrigens in diesem Fernsehbeitrag schon abgezeichnet, damals von 2011. Der steht auch auf YouTube, der Link steht dann in den Shownotes, könnt ihr euch angucken. Aber wie immer, wenn ich über Taiwan berichte, dann versuche ich ja über das eigentliche Thema hinaus auch so ein bisschen drumherum und Lebensgefühl unterzubringen, damit die Leser, Zuschauer einfach noch ein bisschen einen Extra-Eindruck bekommen von Taiwan, den sie halt sonst über die Medien nicht so gut kriegen können. Und so haben wir damals auch nicht über deine Arbeit, Sascha, sondern auch über dein Leben hier in Taiwan gesprochen. Zwar fällt er als Ausländer überall auf und spricht auch nur das Allernötigste Chinesisch. Aber Pallenberg fühlt sich in der kleinen Inselrepublik gut aufgenommen. Ich liebe Taiwan. Ich habe hier meine Firma gegründet, habe hier meinen Lebensmittelpunkt, bezahle hier auch sehr, sehr gerne Steuern, weil sie recht gering sind. Ich liebe das Land und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, in den nächsten Jahren hier wegzuziehen. Sascha, da haben wir jetzt gehört, du willst nie wieder weg. Kann man diesen O-Ton von 2011 so stehen lassen? Du, offensichtlich. Weil das habe ich ja vor neun Jahren gesagt. Und jetzt, neun Jahre später, hat sich eigentlich dieser Standpunkt ganz, ganz stark nochmal manifestiert. Das ist für mich hier meine Heimat, also meine Wahlheimat. Und ich glaube, eine Wahlheimat sucht man sich vielleicht sogar noch aus emotionaleren Stücken aus. Und ich bin hier sehr, sehr glücklich. Und was übrigens interessant ist, ich war in all der Zeit, also ich bin im Februar 2009 hingezogen, war ich niemals länger als sechs Wochen am Stück hier. Und jetzt bin ich zum ersten Mal sieben Monate am Stück hier. Und genau das hat dir dann nochmal eine etwas andere Perspektive darauf gegeben, was es bedeutet, hier zu leben. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Rhythmus. Ich muss nicht irgendwie zwischen zwei Flügen eben nochmal schnell Wäsche waschen, schon wieder schauen, wo geht es hin zum nächsten Event. Sondern ich habe auf einmal hier die Möglichkeit auch, das hört sich komisch an, gesellschaftlich ganz anders an dem Leben hier teilzunehmen. Und das hat einfach nochmal meine Entscheidung bekräftigt, hier damals nach Taiwan gezogen zu sein. Was macht denn für dich Taiwan so lebenswert? Ich komme da fast schon mit einem Mantra um die Ecke, was ich seit vielen, vielen Jahren gebetsmühlenartig wiederhole. Und das fängt immer mit den Menschen an. Du kannst am schönsten Ort der Welt leben, wenn die Menschen einfach nicht auf deiner Wellenlänge sind, beziehungsweise du dir denkst, meine Güte, mentalitätstechnisch kommen wir hier niemals auf allen Ländern. Dann hast du ein Problem. Du kannst aber auch in der schlimmsten Erzmiengrube des Planeten leben. Und die denken, es ist so grausam hier. Aber triffst dort die nettesten Menschen der Welt. Das Spannende ist an Taiwan, hier kommt beides zusammen. Und damit meine ich nicht die Erzmiengrube und die ganz, ganz seltsamen Menschen, sondern genau das Gegenteil. Wunderbar nette Menschen. Und eine atemberaubende Landschaft und Insel mit faszinierenden Extremen der sehr dichten urbanen Zentren, Metropolen, die sich innerhalb kürzester Zeit wirklich entwickeln und der Möglichkeit, aus selbigen innerhalb von 20 Minuten in einem Dschungel zu stehen. Da gibt es relativ wenige Orte auf dem Planeten, die mir so etwas liefen, plus noch diese extrem warmherzige Mentalität der Menschen hier. Und diese Kombo, die macht das letztendlich für mich aus. Und das ging sehr, sehr schnell über. Und das hat man sehr, sehr schnell gemerkt, als ich zum ersten Mal hier hingekommen bin. Und das war wirklich bei mir eine Sache von 30 Minuten, wo ich sagte, ich muss hier leben. Hört sich irre an, aber es ist genau so passiert. Und jetzt hast du durch Covid, sagst du selbst zum ersten Mal, die Gelegenheit, wirklich einen längeren Zeitraum am Stück hier zu leben. Hast du jetzt in der Zeit diese Gelegenheit noch genutzt, noch neue Ecken, noch neue Seiten von Taiwan zu entdecken, noch mehr rumzufahren als sonst? Denn du bist ja auch sonst schon, hast ja auch gerne mal einen Urlaub in Kenting gemacht und dann Standfotos geteilt, die dann in Deutschland oder von den Bergen natürlich, die in Deutschland immer auf großes Interesse stoßen, weil sich die Leute eben einfach nicht vorstellen können, was es hier auch für schöne Ecken gibt. Ja, also ich mache nahezu täglich zum Guten Morgen auf meinem Twitter-Account um 37. ein Taiwan-Bild. Ob es ein Sonnenaufgang ist, ob es irgendetwas aus den Bergen ist, aber es hat sich eigentlich schon so eingespielt. Ich bin nicht so der große Instagram-Publisher, im Gegenteil, aber das mache ich, um einfach zu zeigen, wie wunderschön es hier ist. Und ja, ich bin auch schon vor sechs, sieben Jahren mal um die Insel gefahren. Damals haben wir einen Piloten für ein neues Videoformat gedreht und sind bis runter nach Taidong an der Ostküste gefahren und waren da beim Hot-Air-Balloon-Festival, wir waren River-Rafting und was weiß ich nicht alles, also durch der Rocco gefahren. Und das habe ich natürlich auch nochmal alles nachgeholt. Und ich war jetzt zum ersten Mal am Sun-Moon-Leg, wobei ich ganz ehrlich sagen musste, hätte ich das mal nicht gemacht, sondern hätte ich einfach nur auf diese tollen, schönen Erzählungen immer gehofft, die mir jeder erzählte, weil für mich sah der ehrlich gesagt aus wie ein Teich. Ich habe mir etwas ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, als so ein Stausee, den sie da irgendwann mal angelegt haben. Also bitte nicht falsch verstehen, Natur drumherum auch absolut fantastisch, aber der Sun-Moon-Leg, der wird ja auch in einer Art und Weise verkauft, dass du denkst, du kommst jetzt hier in so ein typisch asiatisches Märchen aus dem siebten Jahrhundert vor Christus und siehst die mystischsten Gebirgsregionen und Häuser und hast sie nicht gesehen, aber alles andere. Also ich bin wirklich nach wie vor sehr, sehr begeistert, versuche so jedes zweite Wochenende ja dieser Gemütlichkeit und dieser Convenience von Taipei zu entfliehen, die ich wirklich liebe und mir etwas anderes anzuschauen. Und das habe ich wirklich ausgiebig gemacht in diesem Jahr. Gibt es denn einen Lieblingsort? Gibt es einen Lieblingsort? Ja, ja. Ich glaube, das dürfte Donghe sein. Ist so 25 Kilometer nördlich von Taidong. Ist eine verschlafene Surferstadt, wo im November auch immer die Longboard-Weltmeisterschaften stattfinden. Das ist insofern lustig, als dass dann auf einmal in diesem 500 Einwohner-Städtchen in the middle of nowhere, das ist wirklich gar nichts sonst, dann irgendwie so 1000 oder 1500 Surfer sind. Und das gibt der ganzen Sache so eine ganz besondere eigene Dynamik. Das Schöne ist daran, du kannst da an Strände gehen, die sehen halt aus wie bei Lost, die sind zwei Kilometer breit und du bist da komplett alleine. Wo wohnst du denn, wenn du solche Reisen machst? Oder anders gesagt, was würdest du möglichen Interessenten aus Deutschland, wenn sie denn mal wieder reisen können, empfehlen? Wo man in Taiwan auf solchen Touren am besten unterkommen sollte und wie? In Donghe ist es einfach so, dass ich Freunde habe, die ein Bed & Breakfast haben. Und dann komme ich da unter. Das ist aber auch generell etwas, was ich empfehlen kann. Ich glaube, diese ganze Bed & Breakfast und Airbnb-Szene hat sich gerade in den letzten vier, fünf Jahren hier explosionsartig entwickelt. Es ist extrem günstig, hier ein Bed & Breakfast zu bekommen. Also ich sage mal so, zwischen 25 und 30 Euro ist man schon dabei. Da geht es wirklich los. Bis hin zu, ich meine, das gab es auch schon vor Airbnb, als ich zum ersten Mal nach Kenting gefahren bin. Das ist also wirklich die absolute Südspitze von Taiwan. Next Stop in Richtung Süden sind dann halt schon die Philippinen. Da bist du halt dann auf die Straße gegangen, auf die Hauptstraße und hast dir dann da auch wieder ein Hotel genommen. Und da bist du dann irgendwie so mit 40, 50 Euro dabei. Und dafür bekommst du aber Zimmer, die sowas von genial sind, wo ich sage, also ich war schon in schlechteren Fünf-Sterne-Hotels gewesen. Sehr minimal, sehr zenartig, richtig hübsch. Und du bist direkt in der Stadt drin. Und das alles hat sich aber in Deutschland noch nicht so recht rumgesprochen. Du sagst ja selbst, du nutzt jeden Tag die Gelegenheit, wieder und wieder, auch auf Taiwans schöne Seiten, aufmerksam zu machen. Wie könnte Taiwan das denn ändern? Oder wer könnte daran etwas ändern? Sollte man sich zum Beispiel an diese Digital Nomads wenden, die jetzt gerne immer zwischen Bali und Costa Rica unterwegs sind? Oder wo ist diese noch nicht erschlossene Zielgruppe in Deutschland, die Taiwan hierher locken könnte? Du, ich habe da ehrlich gesagt relativ wenig Interesse daran, dass diese Zielgruppe erschlossen wird und hier rüberkommt. Dann solltest du nicht mehr twitteren. Ich bin da sehr, sehr happy, so im Moment, wie es ist. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich habe so ein kleines bisschen Angst davor, dass Taiwan neben dem Domestic Tourism, der natürlich jetzt sehr, sehr stark ist, zum Massentourismus, also den Schritt zum Massentourismus machen könnte. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schade für diese Insel, wenn das nicht vorgeregelt ist, was, wo, wie hier gebaut wird, beziehungsweise wie man entsprechende Besucherströme und Tourismusströme verteilen kann und wie nachhaltig das ist, sollte man genau darauf ganz besonders hinweisen, dass es etwas anders ist. Es gab ja die Zeit, als Taiwan sich nach und nach für Touristen aus China, also aus der Volksrepublik mehr und mehr geöffnet hat, als die Zahlen da von Jahr zu Jahr in die Höhe gingen und auch viele neue Hotelprojekte gebaut wurden. Hast du das in der Zeit also so ein bisschen mit Sorge beobachtet, was hier passierte? Nochmal, ich sehe jede Form von Massentourismus als besorgniserregend an. Ich glaube, dass, nochmal, wenn wir uns in Deutschland über veränderte Übernachtungsdynamiken unterhalten, dann werden viele auf den Erfolg von Airbnb zurückkommen. Was hat das mit unseren Städten in Deutschland gemacht? Mieten sind ganz einfach gestiegen. Wohnraum wurde knapp dadurch. Soziale Wohnbauprojekte in den Städten selber wurden kaum noch umgesetzt. Das heißt, du hast da also ganz andere Investorendynamiken auch gehabt. Und Ähnliches hat hier auch in Taiwan stattgefunden. Wenn man sich anschaut, hier in Taipin eine Wohnung zu kaufen oder selbst an der Ostküste, da kannst du halt eine Million Euro hinlegen, und da gibt es eine Doppelgarage drauf. Und Strom ist immer noch nicht drin. Und du denkst dir nur, meine Güte, was ist das denn hier? Also im Vergleich in Relation zum Einkommen, wenn es darum geht, hier Hof und Grund zu erwerben, dürfte Taipin mit zu den teuersten Städten dieser Welt gehören. Das ist also eine wahnsinnige Blase, die hier entstanden ist. Und man sollte nicht unterschätzen, was Tourismus einfach auch für Auswirkungen darauf hat. Das ist aber, nochmal, ich möchte das nicht als so einen negativen Spin oder so weiter sehen, weil es mir natürlich wichtig ist, dass Menschen sehen können, was das hier für eine wunderschöne Gegend ist und was das hier für tolle Menschen sind. Alles ist planbar. Alles ist mit entsprechenden Regularien und Limitationen auch so steuerbar, dass es halt nicht so einen negativen Impact hat, sondern im Gegenteil der Region richtig gut tut. Jetzt haben wir gerade nochmal über Taiwans Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten geredet, aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen zu deiner Arbeit hier. Du hast mir damals erzählt, du bist nach Taiwan gekommen, weil du deinem Content hinterhergezogen bist. War das so? Ja, absolut. Ich hatte, glaube ich, damals das große Glück gehabt, als ich wieder für ein paar Monate nach Deutschland gekommen bin. Ich war drei Jahre in den USA gewesen, habe damals meinen Blog gestartet oder sagen wir so die Tech-Seite, die dann auch wirklich erfolgreich wurde, weil ich habe zuvor auch schon welche betrieben. Dann war es mir ganz klar, du musst hier wirklich an die Quelle hin. Ja, um exklusive News auch zu bekommen, exklusive Inhalte früher an deine Inhalte zu kommen. Und wie das damals funktionierte mit deinem Geschäftsmodell, das haben wir auch in diesem Fernsehbeitrag nochmal versucht, den Leuten damals deutlich zu machen. Das hören wir uns nochmal an. Immer auf der Suche nach frischem Content. Seine Leser sehen besonders gern Videos. Abdrehen und so schnell wie möglich ins Netz damit. Pallenberg lebt davon, dass er als erster über Hardware berichten kann, die in Deutschland erst Monate später im Regal steht. Als ich das ganz am Anfang gemacht habe und den Deutschen erzählt habe, dass ich mit dem Blog Geld verdienen kann, haben die eigentlich gedacht, ich komme vom anderen Planeten. Und haben mir das mehr oder weniger nicht abgenommen. Also damals warst du für die Deutschen der Mann, der ihnen was vom anderen Planeten erzählt hat. Das hat sich ja wahrscheinlich gründlich geändert inzwischen. Vlogger, YouTuber, Influencer, das sind ja schon fast die beliebtesten Berufswünsche inzwischen geworden. Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du also sagen, du warst da ein Vorreiter? Ich glaube, dass ich einen der ersten, wenn nicht den ersten Tech-YouTube-Channel in Deutschland hatte. Ja, absolut. Und wenn man sich die Anfänge von YouTube anguckt und wenn du dann die Möglichkeit hast, in dem Tech-Bereich da andauernd, damals gab es auch so YouTube-Rankings, wo du immer in die Top Ten gekommen bist mit diesem kleinen Kanal weltweit, dann würde ich sagen, ja, klar, in einer gewissen Art und Weise. Erzähl doch mal kurz, wie das lief. Zum Beispiel ein Unboxing-Video eines neuen iPad damals. Man konnte YouTube-Kanäle schon monetarisieren, also man hat eine Werbung mitverdient. Was musstest du machen und wie sehr hat sich das dann ausgezahlt? Ich glaube, das allererste Unboxing-Video, was in Deutschland veröffentlicht wurde, das war damals der EPC von Asus. Den habe ich übrigens immer noch hinter mir stehen. Ich meine, das habe ich so 2006 oder 2007 gemacht. Also ich habe es ausgepackt, gezeigt, was für Spezifikationen es hat und es entsprechend hochgeladen. Das war insofern von Vorteil, wie gesagt, es ist ja auch ein taiwanisches Produkt gewesen, dass ich, das hatte zwei, drei Monate, bevor es in Deutschland rausgekommen ist. Und von daher hast du eine gewisse Exklusivität a und b natürlich dann auch die Chance, mehr Leute auf deine Videos zu bekommen. Und wie du gerade schon sagtest, du kannst die Videos monetarisieren. Entsprechend hast du dann auch mehr daran verdient. Es ist dann halt first come, first serve. Und wenn du die Möglichkeit hattest, etwas zu haben, was andere so nicht hatten, hat das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal verpasst. Ich fand das ja damals unheimlich faszinierend, dich kennenzulernen und zu sehen, wie du dich zu dem Zeitpunkt schon mit Smartphones, Tablets und so weiter beschäftigt hast. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie sehr das alles unsere Welt nochmal komplett verändern würde. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt ziemlich lange damit gewartet, bis ich mir dann auch mein erstes Smartphone zugelegt habe und so weiter. Aber eines deiner Zitate damals aus diesem Beitrag, das hat mich beschäftigt und hat mich eigentlich bis heute begleitet. Prinz Valium kann ich mir auch woanders angucken. Und da werde ich nicht erfolgreich durch. Du musst ein bisschen aus der Höhle kommen. Du musst vielleicht auch ein bisschen trommeln ab und zu mal. Aber nach wie vor musst du authentisch sein. Und dein Content muss vor allen Dingen ehrlich und professionell sein. Und ich glaube, dann hat jeder die Möglichkeit, erfolgreich zu werden im Internet. Man darf nicht Prinz Valium sein, sondern man muss auch mal aus der Höhle kommen und trommeln. Da habe ich immer dran gedacht, wenn irgendwas Neues anstand, mache ich jetzt auch noch einen Instagram-Kanal auf oder nicht? Lasse ich mich jetzt zu irgendwelchen Schaltgesprächen interviewmäßig dazuschalten oder nicht? Vor ein paar Wochen erst, als es darum ging, ob ich ein Video-Interview zu Corona in Taiwan mache und mich wirklich fast eine Stunde lang vor die Webcam setze, was ich bisher immer vermieden hatte. Da habe ich auch noch mal dran gedacht, was du damals gesagt hast. Also wenn man sich gerade als Einzelkämpfer im Netz als Marke etablieren will, dann muss man einfach neue Sachen probieren. Und Mariano, es war ja auch genauso mit dem Podcast jetzt, dass wir den endlich machen. Da bist ja auch zum Glück du dazu gekommen und hast mir in den Hintern getreten und hast gesagt, los, wir nehmen das jetzt einfach mal auf. Das muss man auch sagen, habe ich ja zuerst die beiden Podcasts mit dir und Jenny verfolgt. Und ich dachte, daraus muss man doch auf jeden Fall mehr machen. Und dann hat es auch noch ein paar Monate gedauert, aber mittlerweile sind wir voll dabei. Mariano, wenn du Sascha gerade gehört hast, wer gesagt hat, jeder kann mit professionellem Content im Internet Geld verdienen. Hättest du 2010, 2011 denn gedacht, dass du von einer Website über Fernsehserien leben könntest? Naja, also bevor wir das hier wieder ins Endlose diskutieren. Ich habe mit der Website bereits 2003 angefangen und habe seit 2008 damit Geld verdient. Bin im Prinzip denselben Weg wie Sascha gegangen. Wir haben eine Firma daraus gemacht und verdienen heute noch unser Geld mit Fernsehserien. Ich hätte es vorher nie gedacht, dass ich, wenn ich eine doppelte ISDN-Leitung habe, so war das ja, als ich angefangen habe, dass ich damit mal eine Excel-Tabelle ins Internet stelle, wo ich im Prinzip nur notiere, wann kommt meine Lieblingsserie. Und daraus ist serienjunkies.de entstanden. Das ist aber für eine andere Folge mal. Respekt, ich hätte nicht gedacht, dass du auch schon so lange dabei bist. Da habe ich wohl schlampig recherchiert. Sollte eigentlich nicht passieren. Da steht bei Wikipedia über serienjunkies.de etwas, was so nicht stimmt. Aber es ist so. Das ist ja die lustige Parallele. Also ich konnte auch ab Januar 2008 von meinen Blogs leben. Es war einfach die Zeit, wo es ein Riesenmomentum im Netz gab. Und vor allen Dingen, als die Monetarisierung einfacher wurde. Was du über Google AdSense oder wie auch immer gemacht hast. Wie du Werbung einbinden konntest. Plus, das war einfach auch eine Zeit, wo eine ganze Menge Menschen auch schon DSL-Anschlüsse hatten. Und das Internet auch ganz anders erleben konnten. Und vor allen Dingen, als Flatrates am Start waren. Plus, 2008 ist auch die Zeit. Das ist knappes Jahr nach dem ersten iPhone. Als dann das mobile Internet auf einmal langsam anfing, seinen Durchbruch zu erleben. Das heißt, du hast ganz anderen Traffic bekommen. Viel, viel mehr Besucher, weil du die nun von überall zugreifen konntest. Und das war natürlich für die Content-Anbieter, die früh dabei waren. Die früh angefangen haben, sich eine Marke. Und vor allen Dingen auch eine Marke zu schaffen. Und den zu besetzen, für die war das ja, ich würde fast sagen, wie eine Art von Goldgräberstimmung gewesen. Auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zurück zu deinem derzeitigen Job, den du jetzt hast, seit einigen Jahren schon beim Daimler. Wie kannst du jetzt überhaupt noch in Taiwan leben? Jetzt, klar, weil du jetzt da bist. Aber im Prinzip arbeitest du ja für eine Firma aus Stuttgart. Erklär uns das nochmal. Das Spannende war, der erste Anruf, der vom Daimler kam, das war im Sommer 2016, klingelte das Telefon. Hallo, hier ist der Tobias. Der Mann mit dem Schnäuze hat gesagt, ihr solltet ihr mit der Kappe anrufen. So ging das damals. Das war das Intro gewesen. Und dann ist mir dieser Job eigentlich innerhalb kürzester Zeit gepitcht worden. 60, 70 Sekunden, wie in so einem Fahrstuhlgespräch. Und ich habe dann sehr, sehr schnell gesagt, ja, wir können da in die Verhandlungen gehen, wenn ich in Taiwan bleiben kann. Für mich war das von vornherein wichtig, hier zu sein. Und ich erkläre euch auch hier wiederum, warum das für den Job so wichtig ist. Diese Zeitzone, in der ich mich befinde, voraus zu sein in der Zeit, gibt dir einen riesigen Vorteil. Insbesondere, wenn es eine globale Position ist, die du innehast. Das heißt, ich kann morgens hier noch sehen, was ist in den Amerikas passiert, in der Primetime. Ich sehe, welche Diskussionen, welche Kommunikation in Asien abläuft. Und wenn wir dann morgens um acht, viertel vor neun, ist das morgendliche Daily Briefing innerhalb der Unternehmenskommunikation im Hauptquartier in Stuttgart. Sollte in irgendeiner Art und Weise da Themen aufgekommen sein, in der Zeit, in der es in Deutschland Nacht ist, kann ich dann entsprechende Analysen schon vorlegen. Ebenso hilft es mir, also die Art und Weise, wie ich jetzt schon seit 20 Jahren arbeite. Wir reden ja ganz gerne in dieser Covid-19-Zeit über das Homeoffice und Remote Work und so weiter. Aber das mache ich seit 20 Jahren so. Also für mich ist es das Normalste der Welt, aus dem Homeoffice herauszuarbeiten, hier vor meinen Rechnern zu sitzen, meinen Tag komplett selber durchzustrukturieren. Ich bin ganz anders strukturiert, wenn ich hier bin, im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich unterwegs bin. Das wird dann sehr, sehr chaotisch. Und da habe ich auch ein Problem mit, insbesondere wenn ich in Zentraleuropa bin, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin so zwischen Asien und den USA in diesen Zeitzonen so eingeklemmt. Und ich bin in so einer Just-in-Time-Zeitzone, wo ich in dem Markt bin, für den ich jetzt gerade arbeite. Und das ist für mich ein wahnsinniges Problem. Hier kann ich immer so, ich plane vorausschauend, also ich plane ja für eine Zeitzone, die mir sechs oder sieben Stunden zurück ist. Und das gibt hier ganz andere Möglichkeiten. Da haben wir lange drüber verhandelt beim Daimler, dass das überhaupt möglich ist, so ein Konstrukt hinzubekommen. Das haben wir dann hinbekommen. Ja, und seitdem ist das so. Ich bin zuvor auch immer, ich sage mal so etwa vier Monate, fünf Monate im Jahr in Stuttgart. Im Moment ist es natürlich etwas anderes. Ich war zum letzten Mal in Stuttgart von Ende Januar bis Ende Februar. Und seitdem sitze ich in Taipei. Sascha, das klingt so, als ob du das erreicht hast, wovon viele Deutsche, die Taiwan lieben oder sich für Taiwan interessieren, wahrscheinlich träumen würden. Also den guten Job in Deutschland weitermachen und trotzdem in Taiwan leben können. Ich habe mich ja sehr bewusst auch dafür entschieden. Also um so ein bisschen die Romantik rauszunehmen. Ich habe wirklich meine Klamotten gepackt, habe mir hier unten in Muzza ein Hotel genommen für eine Woche und habe mir gedacht, ich werde eine Wohnung finden. Also ich habe schon Abenteuer gemacht. Am 23. Februar 2009 war das, genau. Und habe dann die Woche dann so ein bisschen gestruggelt und Probleme gehabt, eine Wohnung zu finden und habe dann so tagtäglich in Cash vorne am Frontless im Hotel nachgezahlt. Bis ich dann nach zehn Tagen auf einmal eine Wohnung hatte auf der Roosevelt Road. Das ist, glaube ich, One Long Community. Nee, nee, ich wohne auf One Long Community. One Long Station ist die MIT Station. Und das ist eine vor der Universität, vor der NTU. Das war meine erste Wohnung gewesen, so ein Schuhbox-Apartment, wo ich aus dem Bett innerhalb von einem Schritt in Wohnzimmer, Küche und Badezimmer treten konnte. Und kostete damals irgendwie, glaube ich, so 600 oder 700 Euro. Das war schon irre, aber ich werde das nicht vergessen, was es für mich bedeutet hat. Ich habe abends die Tür zugemacht, mich hingesetzt, nachdem ich es hatte und sagte so, boah, du lebst jetzt in Taipei. Wie irre ist das denn? Und das war ja ein Prozess, der sich bei mir seit dem ersten Besuch 2002, Juni 2002, bis zu Februar 2009 hingezogen hat, wo ich darauf hingearbeitet habe, endlich hier hinzukommen. Und auf einmal habe ich das geschafft, nach diesen fast sieben Jahren. Das war ein sehr, sehr, sehr befriedigendes Gefühl des Lebensziels erreichen. Ja, also zumindest eins dieser Lebensziel, dieser Etappen, die man sich fürs Leben vielleicht vornimmt. Und das war ein ganz besonderer Moment. Ich muss dazu sagen, ich habe an diesem Abend noch meine Vermieterin angerufen. Ich war unten im Family Mart und habe mir eine Suppe zum Aufwerben geholt, weil ich ja gesehen habe, dass ich in der Küche eine Mikrowelle hatte. Und packte dann diese Suppe in die Mikrowelle rein und ich konnte halt nichts lesen. Ich denke, wo muss ich denn hier drücken? Das funktionierte alles nicht. Dann habe ich meine Vermieterin angerufen und habe gesagt, Cheryl, was muss ich denn jetzt hier auf der Mikrowelle drücken? Dann sagte sie, welche Mikrowelle? Ich sage, ja, die Mikrowelle, die hier direkt über der Spüle ist, das ist keine Mikrowelle, das ist ein Geschirrtrock-Automat. Das habe ich noch niemals in meinem Leben gesehen und ich habe die Suppe da drin. Ich glaube auch, da gibt es in ganz Deutschland keine drei Exemplare von diesen UV-Geschirrtrockendingern. Hat mich bei meinem ersten Airbnb aber auch sehr geschockt, muss ich sagen. Was soll das sein? Aber die Suppe war keimfrei hinterher, war bestimmt gesund. Ja, das war sie. Aber wie gesagt, was ich euch sagen wollte damit ist, das war natürlich eine Herzensentscheidung, hier rüberzuziehen. Aber als es dann letztendlich dazu gekommen ist, da musst du irgendwann einfach mal die Klamotten packen und dann go. Also ich habe mir Sachen für zwei Wochen in den Koffer gepackt und bin dann hier hin und dann habe ich alles weitere danach herausgefunden. Also wie bekomme ich hier eine Aufenthaltserlaubnis? Wie bekomme ich eine Arbeitseerlaubnis? Ich bin damals übrigens, ich habe Visa-Runs gemacht rüber nach Hongkong. Also es war eine spannende Zeit. Aber nochmal, letztendlich, es gibt diesen schönen Satz, dass Menschenswille ist sein Himmelreich. Und wenn man wirklich etwas möchte, dann bekommt man das auch auf die Kette. Sascha, ich habe einen Blick auch auf die Uhr hier. Ich fürchte, wir müssen hier in unserem Gespräch langsam zum Ende kommen. Marianne und ich haben nämlich den Hörern versprochen, dass diese erste Folge nicht so lang werden wird wie die Beta-Ausgabe. Wir versuchen es. Was glaubst du, wir könnten doch Sascha nochmal einladen und die Hörer, die jetzt noch Fragen haben, die wir noch nicht angesprochen haben, können ja ihre Themenwünsche mal anmelden und dann greifen wir darauf zurück beim nächsten Mal. Definitiv, eine sehr gute Idee. Wir müssen halt gucken, wann Sascha Zeit hat, weil er ist ein wirklich sehr, sehr beschäftigter Mann. Ich glaube, letzte Woche hast du zwei Keynotes pro Tag gemacht. Ja, heute auch zwei. Ja, deswegen versuchen wir dann irgendwie einen Termin zu finden. Aber über die üblichen Kanäle, wo man uns kontaktieren kann, Fragen einzureichen, ist bestimmt gut. Und ich glaube, Sascha, du wärst gerne nochmal dabei. Ja, absolut. Nochmal, ich wiederhole mich da zu meinem Statement zuvor. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich lebe extrem gerne hier. Umso schöner finde ich es, dass ich für die deutsche Community nicht nur hier in Taiwan, aber natürlich auch außerhalb einfach ein Format geschaffen habe, wo man sich austauschen kann, wo man seine Erfahrungen mitteilen kann und wo man letztendlich mehr darüber erzählen kann, was denn hier eigentlich passiert. Denn ich glaube, viele können sich das zum Teil einfach so nicht vorstellen. Ja, es besteht immer leider in der Verwetzungsgefahr Thailand und Taiwan. Das sind so Sachen, womit ich kämpfe, selbst in meinem Bekanntenkreis. Ist das tatsächlich so? Manchmal denke ich, das ist mehr eine Legende, aber es kommt wirklich immer noch vor in Deutschland. Ja, es ist immer noch so. Ach, du fährst nach Taiwan wegen der Mädchen dort? Ja, da gibt es hübsche Mädchen. Aha, und dann kann man sich da an den Strand legen oder dann rennen die Elefanten rum? Nein, das ist da. Ja, es ist ein dickes Brett, an dem wir hier alle bohren müssen, bis das Bewusstsein eingesickert ist. Wohnst du denn direkt in Bangkok? Ja, genau. Aber wir werden auch in Zukunft versuchen, so wie heute Sascha, Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen einzuladen, die was besonders Interessantes aus ihrem Blickwinkel zu erzählen haben. Auch da können die Hörer gerne auf allen möglichen Kanälen Vorschläge machen. Und wenn wir mal in einer Ausgabe niemanden zum Reden haben, dann überlegen wir uns selbst ein Thema und erzählen, was uns dazu einfällt. Und genau so werden wir es machen. Und ich hoffe, dass wir drei uns, wenn ich dann mal wieder nach Taiwan kommen kann, mal zusammensitzen und mal ein Kaltgetränk nehmen an einem schönen Nachmittag und mal so ein Angesicht zu Angesicht alle drei miteinander reden können. Das sollten wir hinbekommen. Sascha, war schön, dass du dabei warst. Wir kennen uns jetzt zwar schon über zehn Jahre, aber unseren letzten gemeinsamen Fernsehbeitrag haben wir auch schon 2015 gemacht. Und seitdem sind wir uns nicht mehr so oft über den Weg gelaufen. Wahnsinn, ne? Ich würde mich auch freuen. Und gut, dass du noch eine Weile hier vor Ort bleibst zuerst. Das werde ich tun. Wir bekommen das hin. Mariano, Klaus, vielen, vielen Dank. Und nochmal danke, dass ihr dieses Podcast jetzt hier macht. Und ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Alles Gute. Danke und bis bald. Tschüss. Ja, das war auch unser allererster Gast im Taiwan-Cast. Der Sascha Pallenberg lebt ebenfalls in Taipei. Ja, Klausi, war es für dich nochmal in Erinnerung zu schwelgen? Ja, es war schön. Ich hätte auch noch immer weiter und weiter reden können. Ich hatte auch noch mehr Ausschnitte aus unseren Fernsehbeiträgen vorbereitet. Aber wir haben ja unseren Hörern versprochen, möglichst mit jeder Folge unter der Ein-Stunden-Marke zu bleiben. Deswegen entweder verschieben wir das auf eine andere Folge oder jeder kann auch selber sich auf YouTube durch unsere alten Videos klicken, wo ich hier mit Sascha und seinen Kollegen die Technikwelt von Taipei und Taiwan erforscht habe. Diese Links stellen wir, wie auch so einiges andere, in die Shownotes, zum Beispiel auch, wo man Sascha auf Twitter findet und so weiter. Super, genau so machen wir es. Und übrigens, wenn ihr den Podcast weiterhin hören wollt, automatisch auf euer mobiles Endgerät oder in eurem Browser, könnt ihr uns auf diversen Plattformen abonnieren. Bei den Apple iTunes, bei Spotify, gebt ihr einfach Taiwancast ein. Ihr findet uns auf YouTube oder auf deinem Blog, Klaus. Ja, und das ist die Website in taiwan.net slash podcast und da findet sich auch ein Button. Wenn man den drückt, dann kann man im Prinzip über jede beliebige Podcast-Catcher-App auch den Podcast abonnieren und dafür sorgen, dass man die nächsten Folgen nicht verpasst. Super, genau so muss es sein. Klaus, willst du noch mal darauf hinweisen, wie man uns noch weiterhin erreicht? Also, ihr könnt uns überall dort Kommentare hinterlassen, wo ihr auf diese Folge gestoßen seid, ob das jetzt Facebook, Twitter oder im Blog war. Wir überwachen alles. Wir überwachen alles, wir tun unser Bestes. Ihr könnt E-Mails schicken, zum Beispiel an podcast.taiwanreporter.de und ihr könnt auch eine Audionachricht hinterlassen, einen Audiokommentar, den wir dann hier im Podcast spielen können. Dafür gibt es eine deutsche Telefonnummer, das ist sowas wie ein Anrufbeantworter und diese Telefonnummer lautet 032121147357. Wenn ihr da anruft, gibt es irgendeine automatische Ansage, die ich noch mal kontrollieren müsste, dann macht es Piep und dann erzählt ihr uns etwas oder ihr nehmt einfach übers Handy eine Audiodatei auf und schickt die per E-Mail podcast.taiwanreporter.de und dann können wir vielleicht auch euch hier bald im Podcast zu hören bekommen. Und wer das jetzt alles irgendwie in der S-Bahn gehört hat und dem nicht ganz folgen konnte, es steht auch noch mal alles in den Shownotes. Haben wir denn schon eine Idee, worum es in der nächsten Folge gehen könnte? Ja, die haben wir schon. Und zwar geht es darum, um die deutsch-chinesische Gesellschaft e.V. Freunde Taiwans. Wir werden den Verein vorstellen. Wir haben dazu Interview-Originaltöne da. Lasst euch überraschen. Ja, es ist die wichtigste deutsche Taiwan-Lobby, würde ich sagen, als NGO. Und es gab gerade eine große neue Entwicklung dort, die wir euch dann in der nächsten Folge vorstellen werden. Ja, war doch schon wieder, war doch mal wieder ganz nett. Finde ich auch. Können wir öfter machen. Auf jeden Fall. Wir haben es unter eine Stunde geschafft. Und das mit Sascha, der ja wirklich sehr, sehr viel reden kann. Er hat auch viel zu erzählen. Ja, definitiv. Dann sagen wir Tschüss für heute. Liebe Grüße aus Berlin nach Taiwan. Dankeschön. Und an alle da draußen, macht es gut, wo immer ihr seid. Bleibt dran und hört mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.